Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Samsung Q70A Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Bildschirm. Quantum Prozessor 4K. Der Quantum Prozessor 4K kann mithilfe künstlicher Intelligenz für eine Verbesserung von Bild, Ton und Funktion sorgen. So gehen Bedien-Vorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps spürbar schneller. Helligkeit, Kontrast und Sound kann der Prozessor in Echtzeit regulieren, indem er in einzelne Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt. Dual-LED für die doppelte Farbpracht. Die integrierte Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen großen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit den Farbton in hohem Maß an die TV-Inhalte anpassen. Freue dich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis. Quantum Dot-Technologie. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen kräftig bleiben. Nahezu ohne Farbverlust. Quantum HDR. Quantum HDR bringt Details und Kontraste zur Geltung und lässt sich die Kraft eines Bildes spüren. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10 Plus begeistert und überzeugt mit tieferen Schwarztönen, lebendigeren Bildern und einem imposanten Detailreichtum. Weiter Blickwinkel. Dank Wide Viewing Angle erlebst du aus fast jenem Winkel eindrucksvolle, nahezu naturgetreue Farben. So kannst du auch bei seitlicher Betrachtung ein großartiges Bild genießen. Adaptive Picture. Der integrierte Lichtsensor kann das Umgebungslicht erkennen und optimiert daraufhin automatisch die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des TVs. Egal, wie sich das Licht im Raum verändert. Statt selbst die Vorhänge zu schließen, kannst du dich also entspannen und dich auf den QLED TV verlassen. Motion Accelerator Turbo Plus. Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 120 Hertz, erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming-Legs sowie Bewegungsunschärfen. Super Ultra Wide Game View und Game Bar. Größere und breitere Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 21 zu 9 bzw. 32 zu 9 erweitern dein Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gaming. Dein Gaming-Erlebnis profitiert zusätzlich von der Game Bar und ihren umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, wie der Anfassung des Bildschirmseitenverhältnisses, der Anzeige des Input-Leg, FPS, HDR, der Steuerung des kabellosen Headsets und viele mehr. Flüssiges Gaming FreeSync Premium Pro basiert auf FreeSync, der adaptive Sync-Technologie von AMD, deren Stärke es ist, Bildruckeln und Screen-Tiering zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht FreeSync Premium Pro die Darstellung von HDR-Inhalten, eine reduzierte Eingabeverzögerung und die Low Framerate Compensation für ein flüssiges, actiongeladenes Gaming. Entwurf AirSlim Design Das faszinierende, filigrane AirSlim Design, Bautiefe 26-27mm, lässt dein TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Stilvolle SlimFit Wandhalterung Unsere TV-Wandhalterung ermöglicht einen nahezu lückenlosen Look, mindestens 7,5mm. Mit nur einem Kabel, das viele deiner externen Geräte mit deinem Fernseher verbinden kann. Diese bequeme Art der Installation ermöglicht das stilvolle Design deines TVs. Höhenverstellbare Standfüße Passe die Aufstellhöhe deines TVs nach Belieben an. Nutze den Standfuß auch, um deine Soundbar optisch passend zu integrieren. Konnektivität PC-Nutzung auf dem TV-Screen Verbinde einfach deinen kompatiblen PC, dein Laptop oder dein Mobilgerät mit deinem TV und genieße die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich dir bieten. Tap View Mit einer kurzen Berührung deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn du dein TV mit deinem Smartphone antippst, kann dein Fernseher die Berührung erkennen und automatisch deine Inhalte spiegeln. So kannst du unterschiedliche Inhalte deines Smartphones schnell und komfortabel auf deinem TV genießen. Das Fernsehgerät verfügt über optischen Audioausgang. So können Sie den Ton von Ihrem Fernseher an Ihr Heimkinosystem übertragen, indem Sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 GHz Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi und Bluetooth 5.2. Audio Cue Symphonie Cue Symphonie ermöglicht, dass die Lautsprecher des TVs und der Soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, der durch das harmonische Zusammenspiel zwischen TV und Soundbar kreiert werden kann. Space Fit Sound Durch die selbstständige Tonkalibrierung des TVs kannst du einen Sound erleben, der sich an deine individuelle Wohngebung anpasst. Ganz egal, ob der TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet, erwartet dich ein mitreißendes Sounderlebnis. Active Voice Amplifier AVA Die aktive Sprachverstärkerung Active Voice Amplifier kann störende Geräusche im Umfeld des Fernsehens erkennen und Stimmsignale im Programm unterstützen, sodass die Zuschauer Dialogen weiter folgen können. Smart TV Premium Solar Smart Remote Kompatible Geräte und Inhalte mit nur einer einzigen Fernbedienung steuern Die minimalistische Form ist auf das Design der TV-Geräte abgestimmt. Einmal verbunden, können kompatible Geräte automatisch erkannt werden. Die minimalistische Fernbedienung überzeugt euch im Material, das aus ca. 24% recycelten Kunststoffen hergestellt wird. Smartphone Inhalte übertragen Mit MultiView wird dein TV-Bild in zwei Hälften geteilt, sodass du auf der einen Seite deine Serien und Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Multiple Voice Assistant Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl, Bixby oder Amazon Alexa. Jetzt sind diese Assistenten in den Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit moderner Bedienung zu ermöglichen. Zugängliches TV-Erlebnis Samsung unterstützt im Bereich Fernsehen mit sogenannten assistiven Funktionen, die dabei helfen, das umfangreiche Angebot moderner Smart TVs zu nutzen. So können auch Menschen, die unterschiedliche Seh- oder Hörbeeinträchtigungen haben, ohne fremde Hilfe einen Zugang zu aktueller Technologie finden. Kundenrezension Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Füße sehen mit der Plastikabdeckung billig aus. Erkennt der TV ein neues Gerät, setzt er alle Bildeinstellungen zurück. Auto-HDMI-Switch lässt dem Anwender keine Kontrolle über die Eingänge. EARC Audio Pass-Through funktioniert nicht korrekt. Bluetooth nicht konfigurierbar, abschaltbar. Die Farben im dynamischen Bildmodus waren blass. Kein Dual-Triple-Tuner. Braucht geschlagene 6 Sekunden beim Umschalten von einem auf den anderen Sender. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Bildqualität ist top. Ton ist in Ordnung. Stromverbrauch 40 bis 45 Watt für 65 Zoll. Das Einrichten lief problemlos. Das Teil ist echt flach. Die ganzen Streaming-Dienste sind vorhanden. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.